Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich Willkommen zu täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und mal sehen, was uns diesmal der Hund auf den Teppich gemacht hat. Erstmal möchte ich euch einen wunderschönen Frauentag wünschen. In Berlin ist ja Feiertag, ich weiß nicht, ob es bei euch auch ist. Ich glaube, das ist sogar nur in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern, aber ihr könnt ja unten reinschreiben, wie ihr den Tag so verbracht habt. Auf jeden Fall überreiche ich euch hier einen virtuellen Blumenstrauß. Als kleines Dankeschön für eure Treue und wenn euch die Videos rund um Iris Klein immer noch interessieren, haut gerne auch noch mal ein paar Likes raus, dann sehe ich das. Wie gesagt, ab und zu kann ich ja nochmal vorbeigucken. Ich habe jetzt bei Unico gesehen, dass er hier ja doch sehr detektivmäßig wieder was rausgefunden hat und auch die Bunte hat ja berichtet. Und bevor wir zur Bunte kommen, dachte ich, zeige ich euch das jetzt hier mal. Ihr könnt es ja sehen, ja, Hähnchen geht bei Peter und Iris Klein, heimliches Treffen? Jetzt wird natürlich gemunkelt, ja, haben beide zusammen gespeist, ja, beide sich die leckeren Hähnchensnacks gegönnt. Beide haben das zwar schon wieder dementiert, es ist da irgendwie kein Treffen gehabt, aber auch die Bunte hat beide im gleichen Restaurant, schrägstrich Café, aufgefunden. Und das möchte ich mit euch auch nochmal besprechen und mit euch auch mal die ganze Sache nochmal durchgehen. Also ich glaube den beiden ja auch nicht mehr alles, ja, schon gar nicht der Iris, aber auch der Peter legt sich da ganz gern die Sachen zurecht. Ob die beiden jetzt getrennt sind, ja oder nein, könnt ihr nochmal reinschreiben, ich finde es einfach nur noch lustig und das soll einfach auch noch ein lustiges Video sein. Ja, hier zum Abend nochmal spontaner Upload, dachte ich, Mensch, das interessiert euch vielleicht, aber nun gut. Kommen wir jetzt zur Bunte, denn die Bunte schreibt auch so einiges. Hier habe ich nämlich gesehen bei Ramon in der Story, dass die Bunte auch schon wieder berichtet, Iris und Peter Klein gut gelaunt mit Eheringen. Hier besuchen sie selbes Café, ja, auch vom 8.3., also noch brandaktuell. Und da steht dann auch, sie kommen offensichtlich nicht ganz voneinander los, Iris und Peter Klein haben ein Trennungsdrama hinter sich. Nun sind sie auf Mallorca im selben Café aufgetaucht, Eheringe inklusive. Also wenn man jetzt wirklich in Trennung lebt, das ist jetzt nur meine kurze Stellungnahme dazu, kann man sich natürlich auch, wenn man verheiratet war, auch freundschaftlich oder um auch noch Dinge zu besprechen, wie das jetzt so weitergeht, auch nochmal in einem Café treffen. Aber die Eheringe zu tragen, finde ich dann schon heftig. Das zeigt dann schon, dass beide, das ist jetzt nur meine Meinung, könnt ihr gerne anders sehen, dann doch vielleicht sich noch mehr zugetan sind, als wir jetzt hier von den beiden auf Instagram so vorgelebt bekommen haben. War das jetzt alles eine große Promo-Nummer, ja, sagen die einen oder sagen vielleicht auch welche Menschen, da war schon vielleicht was hinter oder ist die Iris selber ein bisschen blöde, kann man ja auch mal ganz offen sagen und war vielleicht zu eifersüchtig. Und ja, er war dann einfach genervt und merkte jetzt mittlerweile, Mensch, ich möchte hier meine Hähnchen-Nuggets am Abend nicht selber kochen. Ja, und vielleicht ist es auch die Nummer jetzt, ich weiß es nicht. Mittlerweile wirkt das einfach nur noch albern, ich finde es auch nicht so spannend, ja, ich berichte gar nicht für euch, ich finde es auch einfach nur noch lustig, ja, also ich finde es lustig spannend, in Anführungsstrichen. Aber eigentlich passiert da seit drei, vier Wochen nichts, außer dass die sich da gegenseitig die Bälle hin und her spielen und massig Reichweite aufgebaut haben. Ja, und ich weiß nicht, irgendwie muss man sich da schon, ja, an den Kopf fassen, wie weit das mittlerweile gegangen ist. Die wurden ja schon nicht nur von der Bunden erwischt, nein, auch von der Bild-Zeitung vor einiger Zeit, wo sie auch schweren Stress hatten. Dann fliegen die ja auch immer gemeinsam aus Deutschland dann nach Mallorca und dann spielt sie ihre kitschigen Country-Songs, ja, wo jemand halt immer einen Ohrwurm hat, danke dafür, Iris Kleine. Ja, und wirklich dann sagen muss, Mensch, es kann ja nicht wahr sein, ne. Also mittlerweile einfach nur noch albern und wiederum ein neuer Beleg neben der Bunden, neben der Bild vor einiger Zeit, worüber ich auch berichtet habe, schaut, wie gesagt, gerne in die Playlist rein. Und halt auch dieser Nummer jetzt mit den gleichen Snacks, ja, die nun wirklich auch identisch aussehen, also spielt schon wirklich sehr stark mittlerweile in so eine Richtung, wo ich sage, mh, ja, diese Hähnchen-Snacks sind ziemlich, nee, wie war das Zitat, das ist ein ziemlich guter Burger. Ja, ja, also wer hat den Film gesehen, könnt ihr ja unten reinschreiben, wenn ich meinen, welchen Film. Auf jeden Fall, ähm, klar, Peter Kraus hat den gesprochen, Synchronsprecher, auch von Löwenzahn bekannt, der Nachbar, kennt den noch jemand? Ich glaube, Peter Kraus hieß der, rest in peace, ja, ein toller Synchronsprecher und Schauspieler. Auf jeden Fall, ähm, weil ich hier Peter, äh, hier sehe, äh, sage ich jetzt einfach nochmal ein paar Sätze allgemein zu dem Thema. Ähm, wie gesagt, wenn er jetzt Hafensänger werden will, in Hamburg, äh, ja, dann gut holt's, ja. Beide hatten ja auch schon mal zusammengesungen, ja, sie hat sich dann so ein bisschen über seine Künste lustig gemacht, aber zusammen auf der Bühne stehen, das geht dann klar. Ich finde auf der Peinlichkeitsskala immer noch Iris Klein weit vorne, ja, die sind quasi, äh, sie ist quasi uneinholbar. Und dann kommt Peter Klein und Yvonne Wölke auf einer Stufe, obwohl Peter Klein mittlerweile, äh, noch ein Ticken drunter ist unter einer Yvonne, die jetzt die letzten Wochen auch ziemlich zu ihres aufgeschlossen hat, ja. Ähm, also Yvonne Wölke ist momentan auch nicht unbedingt der Bringer und ich verstehe auch nicht, warum man einer Yvonne Wölke zum Beispiel folgt, ja. Ja, also ich kann's verstehen, dass man jetzt momentan, ähm, das jetzt ganz spannend fand, aber so generell kann man doch niemand erzählen, äh, dass das eine, äh, spannende Persönlichkeit ist, ja. Also da finde ich einen Peter, der dann auch nicht der Entertainer an seinen Storys ist, sondern wirklich um einiges spannender und selbst eine Iris Klein, äh, mit ihrer Art und Weise, äh, da weiß ich, ja. Ja, die Muttis finden das sympathisch, ja, die Tutor-KM was und die Trauer hat und hab du mal 20 Jahre an jemanden gefahren, David, ja. Du weißt ja ja nicht, wie das ist. Ich verstehe das, ja, ich verstehe das, dass das doof ist, aber ich glaub denen nicht und deswegen bin ich auch bissig, ja. Ich glaub denen irgendwie nicht mehr so richtig, äh, was da abgeht. Ich fand das von Anfang an komisch, mein ganzes Bauchgefühl hat mir immer wieder gesagt, Mensch, irgendwie, ich glaub, die haben da ihre Beziehung und die haben sich das vorher irgendwie Gedanken gemacht, wie können sie vielleicht nochmal ein bisschen spannender werden und, ähm, keine Ahnung, ja. Ähm, ich weh es nicht. Dass jetzt auch die Tochter Jenny oder Daniela hält sich ja noch ein bisschen zurück, aber Jenny auch immer mal gegen den Peter raushaut, da würde ich auch als Peterchen sagen, Mensch, also ich war ja 20 Jahre der Ziehvater von der, also, äh, schönen Dank auch für die gemeinsame Zeit, da wär ich, glaub ich, ein bisschen bedient, muss ich ganz ehrlich sagen, aber, ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich find's mittlerweile wirklich einfach nur noch komisch und es wirkt alles sehr, sehr mysteriös auf mich. Ich kann das nicht, äh, ernst nehmen aus besagten Gründen. Es sind jetzt so viele Indizien auf den Tisch gekommen, wo ihr sagt, das kann mir doch keiner erzählen, dass hier wirklich, äh, Peter und Iris nicht, äh, anscheinend gemeinsam noch irgendwie ab und zu mal, ähm, ja, das Bett teilen, ja. Es kann natürlich auch sein, ja, das ist alles, äh, doch irgendwie, weil jetzt Yvonne auch mehrfach gesagt hat, ähm, das ist ja zwischen den beiden nichts und sie hat ja keine Anziehung und wie auch immer, dass er jetzt auch gesagt hat, Mensch, ne, ne, lieber der Iris auf dem Busen küssen als alleine schmusen müssen, ja, äh, und, äh, keine Ahnung, vielleicht ist es die Nummer geworden oder wie gesagt, vielleicht liegt's auch nur an den Hähnchensnacks, die er sich nicht selber machen will oder er hat selbst gekocht, ne, sieht ja jetzt auch nicht so spektakulär aus und hat ja gesagt, Mensch, ich hab jetzt mal für uns hier Kochtmaus, komm mal vorbei, dann gibt's die schönen Iglo-Fischstäbchen oder, 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 oder Hähnchensnacks waren das ja keine Fischstäbchen, ähm, und, ja, also immer, verzeiht mir beiden meinen Sarkasmus und meine Ironie, aber es ist wirklich mittlerweile einfach nur noch peinlich und unangenehm und ich kann euch auch nicht, äh, noch mehr betonen, wie sehr mich dieses Thema einfach nur noch nervt, äh, ich find's auch null unterhaltsam, diese Leute, äh, das sind wirklich die Schnarchsäcke überhaupt, sie ist die Mutti von Daniela Katzenberger, er ist einfach nur der, äh, Typ von der Mutti, ja, und mehr sind die jetzt nicht und trotzdem kriegen die da hunderttausende Follower reingeh, ähm, ähm, also, ich finde, versteh's nicht, ja, also, es ist natürlich lustig, die Leute wollen Drama und ich kann's ja auch verstehen, für euch mache ich das gerne, ich muss ja hier und da auch noch schmunzeln, wie gesagt, mir tut's jetzt auch nicht weh, so ein 10-Minütchen-Video hierhin zu zaubern für euch, alle paar Tage, aber es ist irgendwie schon, äh, tut einem weh, ja, also, so die Leute da irgendwie, keine Ahnung, also, ihr könnt unten reinschreiben, wie ihr das so empfindet, haut gerne Likes und Abos raus, wenn euch das Thema noch mehr interessiert und für mehr Gossip und Trash sowieso und dann sehen wir uns auch die Tage wieder vor der Kamera, ich bin hier gerade ein bisschen am rumräumen, auch bei meiner Mutter drüben und da hat man irgendwie am Abend, äh, keine Lust mehr, ja, auf die Kamera und das Blitzlicht, da mache ich das dann ein wenig oldschool und meine Stimme hört sich ziemlich komisch gerade an, aber gut, ich höre auf, bis dann und ciao, ciao. So,